Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Es ist mir immer wieder eine Freude, besonders schöne Stücke präsentieren zu dürfen. Eines davon habe ich hier aufgebaut. Manche der Objekte, die ich anbiete, gibt es häufiger, andere weniger. Das ist die erste Flinte ihrer Art, die jetzt in den letzten Jahren durch meine Hände gelaufen ist. Und ich freue mich in ein absolutes Spitzenprodukt aus dem Hause Abiatico di Salvinelli. Eine Firma, die durch einen sehr unrühmlichen Abgang vom Parkett auf sich aufmerksam gemacht hat, Ihnen vorstellen zu dürfen. Es handelt sich um das Modell Pegasus. Pegasus zeichnet sich dadurch aus, dass es ein pinless Seitenschloss ist. Chopper-Lampläufe, in dem Fall 76 cm lang, mit Multi-Chokes versehen. Alles in einem neuwertigen Zustand. Die Flinte kommt mit ihrem Originalkoffer. Und was ich noch gerne dazu zeigen möchte, damals hat man das wie Urkundenmedaillen gemacht. Zwei Schlagbolzen in blauem Sand, statt Manschettenknöpfe oder Schmuck. Und zwei Chokes sind verbaut. Hier haben wir aus dem Hause Teak, der damals die erste Wahl war, eben auch noch zwei weitere Chokes. So, was ist zu dieser Flinte zu sagen? Man sieht unschwer, dass sie auf dem Balancer exakt über der Welle austariert ist. Sie hat die Pushrod-Aufnahme für den Vorderschaft. Sie hat ein sehr schickes, helles Holz, das durch die starke Ederung nochmal sehr, sehr viel Ausdruck stärker wird. Wir haben auf der Unterseite der Flinte eben diesen verlängerten Bügel, der auch hier wieder, wie bei feinen Flinten üblich, mit kleinen Sicherungsschrauben separat gehalten wird. Und, was die Flinte natürlich auch adelt, ist die Road-Edged in dem Abzugsbügel, sodass der Rechtsschütze sich hier nie verletzen kann. Sehr hübsch gemacht, und das sieht man leider viel zu wenig, ist der Einabzug, der eben auch für den Rechtsschützen so ein kleines bisschen getwistet ist. Man sieht, dass Abzugszüngel etwas nach außen gedreht ist, ermöglicht natürlich einen super guten Griff und auch eine tolle Kontrolle über das Abzugsgewicht. Auf der Unterseite hat Diego Bonzi, das ist der Kopf von El Bolino gewesen, dem Tochterunternehmen von Abbiatico di Salvinelli, das Marco ins Leben gerufen hat, graviert worden. Wir haben auf der ganzen Flinte ein Wechselspiel zwischen tiefgestochenem Ornament, etwas flacherem Ornament. Auf der einen Seite haben wir die Fasanen, auf der anderen Seite haben wir Hühner, da unten wird eine Schnäpfe von einem Hund apportiert und im Pistolen-Giftkäppchen haben wir nochmal ein Rebhuhn. So, was ist noch zu dem Gewehr zu sagen? Es stammt aus einer Sammlung, ist in einem exzellenten Zustand. Wie gesagt, wir haben hier 76 cm lange Lauflänge, Pinless Side Locks, Ejektorentiming, Abzugsgewichte, alles so wie es besser nicht sein kann und wie man es von Flinten der Spitzenklasse erwarten darf und muss. Denn so ein Gewehr hat seinerzeit sicherlich über 45.000 Euro gekostet und diese Flinte ist wie immer unter meinem Motto Second Hand but First Class für die Hälfte in etwa zu haben. Also, ich freue mich, wenn Ihnen diese Flinte gefällt. Das Kaliber 20 erfreut sich zunehmender großer Beliebtheit. Vom Gewicht her ist sie auch mit etwas über 3,2 Kilo kein Fliegengewicht, aber damit können Jagdpatronen mit 30 Gramm den ganzen Tag verschossen werden und man hat abends keine Kopfschmerzen. Das macht die Sache dann deutlich attraktiver, als wenn die Flinte 2,4 Kilo wiegt und nach einem halben Tag rufen Sie nach der ersten Kiste Aspirin. Also, wen es interessiert, bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Ich habe nur die eine und ich bin sicher, sie wird relativ schnell ein neues Zuhause finden, weil sie in einem exzellenten Zustand ist und komplett und vom Preis her super attraktiv. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe.